10 Schritte für den erfolgreichen internationalen E-Commerce. Möchtest du über deinen Online-Shop Produkte in neue Märkte verkaufen, weißt aber nicht wie, die Expansion am besten angehst, dann bleib jetzt dran. Ich stelle dir 10 wichtige Steps vor, die in der Vorbereitung des internationalen E-Commerce wichtig sind. Mein Name ist Gerhard Jahns, ich bin Senior Online-Marketing-Manager bei der FINWA GmbH und mein Schwerpunkt liegt in der Kundenbetreuung und der Ausbildung. Legen wir los. Die Vorteile in der Erschließung neuer Märkte liegen auf der Hand. Indem du mehr Bekanntheit erzielst, neue Zielgruppen erreichst und höhere Umsätze erwirtschaftest, erhöhst du deine Wettbewerbsfähigkeit. Die Internationalisierung deines Online-Shops ermöglicht somit ein schnelleres Wachstum deines Unternehmens. Wie gelingt dir das? Zunächst solltest du einen Businessplan mit einer klaren Strategie für die Expansion erstellen. Definiere Ziele und prüfe deine personellen und finanziellen Ressourcen. Zugleich solltest du ausreichend viel Zeit in die Recherche und Planung investieren. Ein voreiliger Markteintritt, Fehler bei der Auswahl von Zielmarkt oder Produkt oder der Unkenntnis rechtlicher Rahmenbedingungen können schwerwiegende Folgen für dein Unternehmen haben. Darum hier die wichtigsten Schritte in der Vorbereitung deiner Expansion. Der erste wichtige Punkt ist die Recherche der lokalen Nachfrage- und Marktsituationen. Jeder Markt verfügt über wirtschaftliche, politische, soziokulturelle und geografische Eigenheiten, die relevant für deinen Verkaufserfolg sein können. Hier ist eine intensive Recherche erforderlich. Außerdem solltest du dich mit lokalen Trends vertraut machen, denn Käufer in anderen Märkten haben andere Präferenzen hinsichtlich des Kaufs in Online-Shops. Auch der lokale Wettbewerb spielt eine große Rolle. Der zweite Punkt betrifft die rechtlichen Regelungen wie Einfuhrbestimmungen, Zölle und Steuern oder länderspezifische Regelungen im Bereich Verpackungsrecht und Verbraucherschutz sowie Datenschutz. Eine ausführliche Recherche ist dir dringend notwendig. Zudem sollst du dich rechtlich beraten lassen. Drittens ist es wichtig, dass du dich mit den Themen Versand, Rückversand und Rückerstattung beschäftigst. Wie müssen diese gestaltet sein, damit du zufriedene Kunden gewinnst? Brauchst du Lagerbestände vor Ort? Ist dein Kundenservice in der Landessprache erforderlich? All das sind Fragen, die es zu beantworten gilt, um abschätzen zu können, mit welchem Aufwand und zu welchen Kosten du in deinem Zielmarkt Fuß fassen kannst. In einem vierten wichtigen Schritt solltest du herausfinden, ob im Zielmarkt eine ausreichend große Nachfrage nach deinen Produkten sowie eine ausreichende Kaufkraft vorhanden sind. Erst dann kannst du entscheiden, welche Preise angemessen wären. Ein fünfter Punkt betrifft Währung und Zahlungsmethoden. Mit einem Zahlungsprozess, der verschiedene Optionen je nach nationalen Präferenzen berücksichtigt, erhöhst du die Kundenzufriedenheit. Im sechsten Schritt solltest du dir Gedanken über deinen Online-Shop machen. Bei der Wahl der Domain ist Folgendes zu beachten. Entscheidest du dich für länderspezifische Domains, musst du für jede davon ein eigenes Merchant Center anlegen. Für die globale Domain.com genügt dein vorhandenes Merchant Center. Du mündest dann nur jeweils einen eigenen Produktfeed für die unterschiedlichen Länder oder Sprachen. Prüfe auch, ob dein Online-Shop die Anforderungen für einen internationalen Rollout erfüllt. Siebtens, einer der wichtigsten Punkte ist die korrekte Übersetzung. Alle Informationen über dein Unternehmen und deine Produkte sollten von einer professionellen Übersetzungsagentur in die jeweilige Sprache übertragen werden. Recherchiere hierfür auch die richtigen Keywords. Für dein Online-Marketing ist es zentral, kulturspezifische Saisonalitäten wie Feiertage zu berücksichtigen. Zudem solltest du wissen, welche der bisherigen von dir genutzten Online-Kanäle auch im Zielmarkt verfügbar sind und von deiner Zielgruppe genutzt werden. Insgesamt ist es enorm wichtig, dass du so viel wie möglich über deine neue Zielgruppen in Erfahrung bringst. Auf Basis deiner Zielgruppenrecherche erstellst du länderspezifische Buyer-Personas. Danach gilt es auf den Plattformen länderspezifische Unternehmensprofile und Seiten mit hochwertigen und für die Zielgruppe relevanten Content zu erstellen. Zehntens, ein letzter wichtiger Punkt ist das Bewerben deines Webshops, das Advertising. Zunächst lässt sich sagen, dass internationale Ads-Kampagnen mit relativ niedrigen Einstiegshürden und Kosten verbunden sind. Sie lohnen sich darum auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Du solltest Anzeigen in Suchmaschinen und sozialen Netzwerken schalten, um eine größere Reichweite zu erzielen und deine Zielgruppe auf alle Stufen der Customer Journey zu erreichen. Neben Performance-Kampagnen solltest du auch Awareness-Kampagnen schalten. Auf diese Weise sorgst du dafür, dass potenzielle Kunden Vertrauen in deine Marke gewinnen. Die über Website-Treffe generierten User-Daten lassen sich für das gezielte Remarketing einsetzen. Wenn du die Besonderheiten deines Zielmarktes und deiner Zielgruppe kennst und einen länderspezifischen Online-Shop eingerichtet hast, verfügst du über eine gute Grundlage für deine Werbemaßnahmen. Für die Keyword-Recherche kannst du die Analyse-Tools der Werbeplattform nutzen, zum Beispiel den Google Keyword-Planer. Im Bereich Social Media bietet dir die Meta-Ads-Library oder das TikTok-Top-Ads-Dashboard interessante Einblicke in erfolgreiche Werbekampagnen. Daneben gibt es zahlreiche kostenpflichtige Analyse-Instrumente von Software-Unternehmen, die dir helfen, deine Zielgruppe und andere Unternehmen der Branche kennenzulernen. Ebenso wie deine Website-Texte und Produktbeschreibungen solltest du auch deine Keywords- und Anzeigentexte von professionellen Übersetzern erstellen oder prüfen lassen. Nicht zuletzt ist es wichtig, dass du geeignete KPIs zur Messung deines Werbeerfolgs in Suchmaschinen und sozialen Medien definierst. Dann geht es um die konkrete Einrichtung deiner Kampagnen, also das Kampagnen-Setup. Kampagnenbenennung, Spracheinstellung und Werbezeilenplaner sind nur einige der Stellschrauben, die hier eine zentrale Rolle spielen. Die effiziente Betreuung und Optimierung deiner Ads-Kampagnen erfordert geduldiges Feintuning. Über intensives Testing findest du heraus, welche der verfügbaren Werbeformate die besten Ergebnisse erzielen. Mit den gewonnenen Erkenntnissen kannst du deine Kampagnen weiter optimieren. Nimm kontinuierliche Anpassungen an Budget, Geboten und Zielgruppen vor. So kannst du die Performance deiner Kampagnen verbessern. Behalte auch die Trends und Neuerungen der genutzten Werbeplattformen im Blick. Du siehst also, in Vorbereitung der Expansion deines Online-Geschäftes solltest du mit großer Sorgfalt vorgehen. Ich empfehle dir, rechtlichen Rat sowie professionelle Unterstützung von Unternehmensberatungen, Übersetzungsagenturen und Ads-Agenturen in Anspruch zu nehmen. Für ausführliche Informationen zum Thema schaut ihr meinen Artikel im OMT-Magazin an und folge mir gern auf LinkedIn.